Hallöchen zusammen, herzlich willkommen zur GSPi, Hearts of Iron 4, unsere Position läuft überall gut, wenn dann, Ekewäst, Prosis, 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 vielleicht die Panzerleiter noch nicht ganz, aber was soll's, Weibhacht von Mexiko, sechs Convoys geht noch, das geht auch noch, jeb, gebt mir all eure ausrüstung die ihr nicht braucht ich bin sehr dankbar dafür 873 warum ein bisschen mehr nicht viel mehr aber ein bisschen hier die schützen aus beiden russen super immer gar keine probleme haben die mehr herrlich ab und und kann immer importieren importe bitte komplett stoppen wunderbar darauf kann man mich auch die was gegen die ganzen bombe machen haben hier alles gelandet was nur landen können wir haben ja momentan acht prozent und ich bin glücklich mit diesen acht prozent ich bin glücklich damit es ist kein gegner hier die frage wäre das hat nicht viel anzubieten aber ich habe auch nicht viel anzubieten stelle ich fest wir lassen bleiben wieder das bleiben einfach wieder abgegangen das ist mir egal wir benötigen hat noch mehr stelle ich gerade fest ein bisschen was zumindest passt die 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 hier kommt doch ihr kommt auch zu sabotagen hier ich weiß ich weiß also bisschen schön 45 prozent in steigend aber eigentlich sollten wir immer noch 250.000 soldaten ja er wird sie verbessern irgendjemand muss doch dabei sind theoretisch welchen ja kein unterstützung bitte 153.000 jahre ist dann sage ich doch mal nicht verbessern das passt nicht mehr ich brauche nicht mehr und 13.000 direkt weg wir haben nichts in relation wir brauchen einfach nur noch sagt es mir ein bisschen mehr leute das war es ein kitziges bisschen mehr während wir weiter verteidigen natürlich als 70.000 tote ist schon eine hartes anzahl muss man sagen das ist nicht gerade wenig untertan verwalten habe ich ihn aber auch wir könnten dich bestimmt auch auf motzen hier bin ich mal so was von dass du ziemlich schnell ziemlich bald teifen und zwischendurch genauso wie der bereich hier alles aufgemotzt wird noch ein paar kleine kanöchen bauen ich meine das kann weg machen das kann weg machen 3 dezember es dauert lang bis sie einmal durch ist aber was tut man nicht alles und schlussungswaffen sind fertig dann bitte die nächste und neueste generation der waffentechnik danach erforschen das wäre schon etwas organisieren ja ich glaube das liegt daran weil wir hier müssen neutralität stärken so wie es ausschaut einen moment einen moment und sagen wir du hier zu spät die ideologie hier stärken neutralität so gucken wir noch mal ob das auch was bringt hat auch widerrufen schade ja immer widerrufen ist immer so unschön an der stelle so richtig und schön sogar so ihr verhungert hier gerade stehe ich fest ihr das ist wunderbar agent gefahren okay ja das geht schnell fangnahme dich hier vorbereiten die waffen sollten ziemlich schnell haben geschön bitte am beginn holt ihn raus dem mann holt den armen man doch da raus so ansonsten industrie ressourcen rausspumpen mit der pp ein jetzt auch nicht geführt ist der ist schon weit abgegangen das ganze jahr mit das panzer schaffens noch ein bisschen weit voraus aber wir könnten sagen unterdrückung verbesserten damit warum war das komponien werden vielleicht noch was und so weiter zu aber nicht nix hilft nix brüche schiffen zu steuer kaufen beides bitte heißt es wir haben die marine ja wir besitzen eine wunderbare marine okay der preis zu einem bild zusammenfassen ist alle dorthin gehen wenn es geht unter dem glorreichen captain von max max weber her damit kommen los geht's kollege kommen wir kommen ja dann darfst du nehmen nicht quasi angriffstrupp hier machen solle ich mein mittelmeerraum so schaut es nämlich aus okay ein paar zerstörer wir werden werden zur welt macht aber so was von zur welt macht halt das wird gesehen ja damit dann bin ich noch ein bisschen mehr luft zu machen dankeschön ich meine momentan scheint es gut zu sein sieben prozent nur noch macht aber nix wir kommen nach und nach an unser minimum maximum was wir brauchen an leute überhaupt um ja überhaupt was machen zu können du darfst ein verstandungsexperte werden das rechnen ich nein dazu und bekommst noch hinter als so wunderschön ihr steht momentan hier ihr steht hier ist gerade eigentlich jemandem was wenn ihr hier seid ich jetzt gerade noch wüsste ihr hier so da ist nämlich relativ wenig los könnten sie umzingeln das wäre doch was und linie dort um aufbauen und dorthin dann diese hier löschen go 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 theoretisch müssten wir an den leuten liegen zum großteil jetzt im große da muss man so das durchgreifen haben wir jetzt das heißt wir können hier sagen mit her polizei in der polizei technologie oder das hier starten ist und schalke zu zwei agenten ja damit von linie bitte wo ist sie denn bis dorthin haben wir sowohl hier von linie bitte nur bis hierhin machen so mit angriff sie bitte nach da oben hin hier auch ich habe keine ahnung hier noch eine linie habt da war noch linie passt soweit einmal hinbewegen das passt schon das passt schon das passt schon einmal hin mit schienen mit einem was wir haben dann gucken wir noch mal wenn ich jetzt sagt angreifen an der stelle und dann sage ich noch ich hätte gerne dass wir das schützen die wir haben die es kaum vorhanden ist muss ich leider sagen die leider kaum vorhanden ist oder hinschicken zusammen mit vielleicht ein paar jäger das ist nicht viel aber zwei jäger sind besser als gar keine jäger sei jetzt mal seid ihr seid schon angekommen ist noch nicht angekommen warum weil wahrscheinlich gar nicht rüberfahren könnte in brasilien kleine frage an dich dürfte ich denn an die gerecht bekommen dann warten wir kurz ein bisschen dann warten wir kurz ein bisschen wie schaut es hier aus 85 36 passt 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 zu den waffen rufen was sind diesmal ach wahrscheinlich wie schiff ross ok warte mal wir wollen noch nicht wie schiff ross haben haben sie jetzt reingeholt oder natürlich jetzt reingeholt genau jetzt natürlich nebenan nebenan bitte einmal um strukturieren misst 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 an der stelle war sowas von misst bitte bis nach da oben hin so hin zack und ihr bitte von den bis dahin machen so wir kommen schon im organ mit hinzu und dann muss alles ganz 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 schnell aber sowas von schnell ich kann das guide vorziehen ja es ist einfach mal dazugehört einfach mal dazugehört na wunderbar das was ich nicht haben wollte er macht mich fertig soll der macht mich echt fertig ich wollte gerade sagen dass du mit hier angreifen und gut ich sag nicht so nicht so nicht so nimmt wie schiff ross sein eventuell nach dahinten okay warte mal es läuft gar nicht so wie ich möchte überhaupt nicht sogar aber wir probieren das ganze natürlich lieben gern noch einmal so hat er gesagt gehabt du mitkommen und du mitkommen sollte dann wird ihr euch hier aufstellen quasi hier einzufallen passt 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 und hat luft beeilung werden werden bevor sie auf sonst noch irgendwelche dummen ideen kommen wir haben das durchgreifen wir sind hier dabei und hier ebenso und haben dann gesagt wir möchten bisher am nachrichtendienst erweitern das ist am laufen das passt auch soweit und dann möchte ich bitte quasi dich und dich nach da drüben und dann da drüben hier sehen ich hätte gern noch ein paar mehr aber ja wann kann ich ihm alles haben ich vors und achsen möchten beigetreten dann möchte ich doch wieder darum bitten dass ich wie schiff ross was sie auch mitmachen kann so bin ich jetzt im krieg mit ihnen noch nicht hallo ich möchte mitmachen möchte keine 90 tage warten ja ich bin mit dabei ich bin mit dabei so wunderbar einmal die liegt an der stelle so le zack frontlinie einmal nach der unten erweitern das passt währenddessen sagen wir du gehst nach da drüben hin und ihr werdet quasi die frontlinie bis nach da drüben machen so woher go 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 dessen könnte muss sagen ihr hier könnt auch den bereich einnehmen wann wir das so bissel rumbekommen können sage ich nicht nein dazu bewegung 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 egal wo ihr seid ihr müsst jetzt mal rüberkommen es hilft nix und schützung haben wir das machen vieles wenn der tag lang ist 12.000 flieger ok der offenzelle verbesserte flugnaggriffe jetzt ein stück rein damit dich noch da mal hin wunderbar es sind nicht viele aber jedes bisschen ist gerne gesehen an der front so allmann dorthin du machst aber die unterstützung und du machst abfangen wunderbar so wir sind grün wir sind grün wir haben hier ein bisserl was dauert bisschen was der recht ist soweit erklärt gibt mir ressourcen dankeschön dies kann ich immer gut gebrauchen dafür geben wir noch ein bisserl was zurück wir halten momentan erhalten bitte gibt gas dankeschön ich wollte gerade sagen hey ihr könnt doch nicht einfach alles hier so rumliegen lassen so ein paar pittler panze bräuchten theoretisch noch der rest auch der rest auch aber wir greifen wir hier rum an sein ging ist mir gerade egal ich will einen durchbruch richtung oder sagen willst du mich vergangen können ja mal rumfahren die sind hier gebunden momentan los geht's ihr auch 122 division ab da rein go 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 oben rüber 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 immer schön weiter immer schön weiter immer schön weiter da wurde eine wunde das macht nichts ok zack 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 da haben wir hier stehen bleiben du geschwein nach oben wir haben uns einen durchbruch hier drüben wir haben zwar nicht das was wir eigentlich haben wollten aber was so ist kannst du anhalten oder kannst nicht anhalten wir können anhalten hierzu ok das funktioniert ah schade ok dann bleibst du da wo du bist passt schon alles gut alles gut handel ach weil das hier geschlossen ist deswegen kommen wir nicht durch wenn sie wieder rufen ähm beziehung verbessern das möchte ich eigentlich haben ähm auch bei dir beziehung verbessern ich brauche dringend zugang ich will meine flotte hier haben morga los geht's jenes arbeit haben wir auch mitgemacht direkt noch weitermachen was soll es wir bauen pioniere bis zum fall äh pioniere co so der rest ist am laufen wie ich das gerade richtig sehe japp wie schaut denn das aus mit noch ein paar militärfabriken so quasi und vier klotz hier unten also klotz noch da japp bauen wir einfach nur weiter bauen es passt und schon immer schön weiter immer schön weiter wir brauchen das ein kleines supply habe dann sind wir schon mal safe und es sieht recht gut aus sind fascht auf eine million wieder mit auf fascht könnten wir hier und da besser sein aber allgemein bin ich zufrieden bin ich sehr zufrieden sogar ihr habt wie ich wollte wird aufgeräumt ähm du hier fahr weiter fahr weiter fahr weiter fahr weiter beziehungsweise du nimmst das ein das 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 flugfeld und gehst bis nach da hinten rum und nimmst das auch nein und das dann schnappen wir dich hier du nimmst das hier ein ich nimmst dich mal hier und gehst dann hier durch der kann unmöglich schnell sein als ich mit meinem panzer würde ich mal behaupten jihau jihau an der stelle go 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 ich wollte gerade sagen möchtest du mich hier aufhalten ich glaube ja ich glaube ja fast ja also perp ist bald fertig ist mich eine gute sache weg mit ihr weg mit ihr weg mit ihr weg mit ihr wunderbar weile geht es weile geht es weile geht es bis nach bordeaux bis nach bordeaux wenn es sein muss die sind aber auch elendig schnell diese panzerchen von mir schade 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 weiterhelfen weiterhelfen wir machen immer mehr landgut stelle ich fest wir machen einfach immer mehr landgut auch wenn wir wahrscheinlich eine gute zahl wieder verlieren 800.000 unschön 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 festungsknacker jetzt können wir sagen die gesamte kompanie bekommt den titel festungsknacker an die bagge gesetzt das passt dann schon ah guck mal bitte einmal nach vorne fahren während der rest hier schon wieder guck mal wir können hier dicht machen wir können hier dicht machen schön das gefällt mir doch bitte nach da und nach da hingehen so wir haben dich einmal umzingelt das ist schon mal gut schon mal sehr gut wie schaut es mit der versorgung aus die ist die ansatzweise gegeben kann ein bisschen besser sein aber was soll es du nach dahin nach dahin du auch noch darüber hin los geht's aber wenn er vieles in den nähe legen momentan es geht es geht es geht so wunderbar nachrichtendienst haben wir erfolger hin uns gebracht was bestimmt du kriegsrat braucht beides zu mit herrn wo ist er auch noch ok warum denn nicht warum denn nicht können wir irgendwas machen bei dem kriegsrat ich sehe jetzt mal nichts sagen muss man so ich habe ein bisschen mehr stabilität aber gut demokratische unruhen ach die die das passt schon das passt schon ein paar mehr leute werden echt nicht schlecht an der stelle infanterie ist ok da konnte jetzt doch nehmen wir konnten jetzt doch nehmen so geben wir noch ein bisschen was unterfreulich ja so ein bisschen unterfreulich ist alles so attacke 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 hier ist ein eingekaschert heißt die fallen die eben nicht weg sag ich nein zu genauso wir und wir und bitte weiter angreifen immer schön weiter angreifen so gut es geht den gegner hier ausschalten attacke hier rein und attacke quasi hier rein go 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 attacke hier rein und attacke hier rein so go 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 wir halten ein gutes stück wir halten wirklich ein richtig gutes stück bei der ganzen aktion ähm das bräuchten wir noch ja Sprit ist gerade wichtiger sowieso schaut definitiv wichtiger naja im handeln wir gerade irgendwas ist noch nicht ah ja so wird es ein bisschen weniger dafür aber mit den vereinigten staaten 1 2 3 ein bisschen was mit dem Sprit hier anstellen und ein paar deutsche Einheiten weniger das brauchen wir doch ein paar weniger deutsche Einheiten ähm nur noch auf 6 runter reduziert uuuh das ist wirklich unschön ähm ihr seid glaubt alle die wieso sage 5 wenn ich das richtig gesehen habe jep dann tun wir da noch ein paar Stück ausbilden 26 Stück einmal im Hauptland machen reicht es aus 26 Stück 24 ich glaube ja oder 4 8 8 9 10 dann haben wir noch 16 6 6 reicht perfekt aus aber sowas von ich sehe gerade ein D-Day ein D-Day ist eine wunderbare Sache und so wurde dort angegriffen ich hoffe ihr greift nur noch mal an ihr greift nur noch mal an okay zum Glück als andere könnte ich jetzt nicht mitmachen keinem auch können ich sogar mitmachen so wunderbar dankeschön wenn ihr was habt ihr werdet voll gepumpt das passt auch soweit weil wir offen sind am laufen und aber wir haben nicht mehr geteilt in den Strick genau da war ja was da war ja was ähm bitte einmal den Angriff verstärken das ist noch was schönes bessere Handwaffenproduktion meine Güte Schweden zwei Stück gern doch hier Schütze Schweden lieben gerne 970.000 Tendenz fallend in dem Fall muss ich sagen wirklich fallend ähm okay jetzt müssen wir gerade mal gucken was ist wenn ich sage ihr hier welche Seite ihr denn wohnt ihr seid die Richtigen ja ihr seid die Richtigen ich bitte darum einmal bis nach da oben durchzuwandern zack ich bitte euch darum auch bis nach da oben durchzuwandern zack die untere Front darf bis nach dort unten runter wandern das passt schon mal go nee leicht unschön gar ein bisschen noch ein bisschen unschön Sabotage Inflation komm Alexia du bist jetzt mit dabei während wir hier quasi zack 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 ein bisschen was aufbauen für uns wieder komplett vergessen hier irgendwas zu machen wahrscheinlich die Schöpfung auch von über ja sowas von über da gefühl mit der Polizei die ist gelungen das Kriegsrecht Stabilität minus 5% das ist ungünstig ich bekomme 3 Meter ja ich bräuchte ich bräuchte was besseres sowas quasi irgendwas hier ue mhm um kreischt unruh ja so lang dir da sind ich das bisschen dumm ist ein aktum gibt mir noch mehr gibt mir noch mehr geben noch mehr wahres kompanie die wenn man es auch kleiner vertrager so prozent bei der polizei und wir sagen amotivischen ihr bekommt was kommen hinzu speichern soll dankeschön wenn ich immer mehr im minus versinken aber wir nehmen wir gerade alles anderen so wie es ausschaut freies frankreich hey können wir denn ach genau zwei sagen erstmal die hier um anlegerecht bitten dankeschön dann basieren um anlegere ich bitten dankeschön freies frankreich erpacht anfrage auf und etwas sie haben beide angenommen das passt schon mal dass wir kommen zu mir ein bisserl was hierhin zu nach und nach ich schon mal gerne mal so verkehrt go und go und go macht sie fertig macht sie sowas von fertig währenddessen können wir sagen warum warum das so hin wenn es zu treffen fünf das noch erhöhen ich habe es mit flachs aus auch leicht im defizit war klar es war hier zwei dort lkws geht 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 das eher sorgen muss ich sagen zwei flieger pro woche das ist auch nicht so wirklich viel überhaupt nicht sogar so bingo 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 wir haben öel wir haben den rest das passt das heißt jetzt müsst ihr eigentlich ihr alle jetzt 12 hier müsste dadurch fahren können ja endlich endlich können wir das mache ich glaube ich bin wurde auch zeit an der stelle wurde auch zeit mit der matto fahren und so und so und so mein 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 sagen wenn der eine hier durch halt werde schon meine glanz leistung so ein bisschen was und dann müssen wir wohl so ein bisschen nach oben schrauben 7.000 tendenz fallend massivst fallend sogar wenn ich das richtig sehe ja aber gegen punkt gegen argument die es sind am gewinnen irgendwie gefangen genommen was war wie warum schlimm irgendwie das gleiche befreien 30 prozent bräuchte zu ernsthaft 30 prozent ich bin dabei ich bin dabei ist so amerika 3 konvois gibt mir alles was ihr mir geben könnt ich bin für alles momentan dankbar ich mir gerade egal wie weit schon wieder widerrufen war warum auch warum sollte man auch so weit bleiben macht ja nix macht ja nix die reisen achsenmächten beigetreten ich glaube das ist nicht das beste was man konntest iran aber was soll es vorbereiten kurz ein bisschen warten bis alles durchgepumpt haben und danach holen wir ihn raus doch noch holen wir der gute mann raus aber wir gehen wunderschön passt soweit werden wir weiter das ganze im auge behalten und 1,12 da will ich ja gar nicht hinkucken da will ich echt nicht hinkucken aber es ist beim nächsten mal geht es weiter dann machen wir auf alle erwachsenen ob das die klügste ideen ist ich wage es zu bezweifeln aber in dem fall sage ich jetzt einfach mal was soll es was soll es sein ganz zurück kriege man trotzdem noch eis hin bis zum nächsten mal was gut aber und wie immer tschüss alle